So, moin Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ja Leute, ich bin wieder zurück für euch mit einem wunderschönen Video hier und heute werden wir uns wieder ein Game von mir anschauen und ich werde natürlich wieder das Feuer bringen und über alle Sachen, die in meinem Kopf sind, reden. Und natürlich will ich eure Vorsätze für das Jahr wissen, Leute. Welchen Rang wollt ihr erreichen? Und die Frage ist, wie kommt ihr da hin? Und wie kommt man da hin? Wie wird man besser in LoL? Also erstens, man spielt viel. Zweitens, man spielt gute Champions, also starke Champions. Drittens, man reviewt seine Games. Viertens, man schaut's gar für's Content. Okay. Ja Leute, ich versuche euch in diesem Video wieder ein bisschen was beizubringen oder einfach meine Gedankengänge zu erklären und euch einen Ansporn zu bringen, dass ihr viel nachdenkt. Ja, viel über Waves nachdenken. Wenn ihr mitgeben, auf eine Saitlin läuft. Jede Entscheidung sollte eigentlich einen Grund haben, warum ihr es macht. Ihr solltet eigentlich auf die Map gucken und schauen, oh, das und das passiert, deswegen mache ich das und das. Nicht einfach, ich laufe dahin, oh, mein Gefühl sagt mir da hinlaufen. Also klar, das Gefühl kann auch mal eine gute Entscheidung bedeuten, aber um regelmäßig, reliable, gute Entscheidungen zu treffen, musst du genau wissen, was du tust. Alright, rein ins Game, Leute. So Leute, da sind wir im Game. Ihr seht direkt, ich bin am Pullen. Über die Entscheidung sollte ich eigentlich auch reden, weil es ist eigentlich relativ oft so, dass man mit Gwen in der Lane bleibt, aber ich spiele hier gegen einen Dr. Mundo und Dr. Mundos Pull ist super, super gut. Also Dr. Mundo pullt halt insanely gut. Ich glaube, es gibt kaum Champions, die besser pullen als Dr. Mundo. Deswegen dachte ich mir, okay, ich sollte auf alle Fälle den Pullen matchen, sonst ist der Gegner Jungler viel zu schnell auf Botlane als mein Jungler. Und beide Jungler wollen in diesem Game Botlane parfen. Aber ihr solltet immer selber gucken, ob ihr pullen müsst oder nicht. Ich habe hier in dem Game die Entscheidung getroffen zu pullen, weil ich mir sicher war, dass der Gegner Topländer auch pullen wird und weil es nicht so wichtig ist, dass ich in der Lane bin. Es gibt viele Matchups wie zum Beispiel, wenn ich jetzt Gwen gegen Camille spiele, dann würde ich nie im Leben pullen. Dann würde ich in Lane sein, direkt Level 1 als Gwen und dann, ihr seht ja meine Maus, hier in den Busch warten und sobald die Wave da ist, direkt den ersten Out-Attack setzen, damit ich Q-Stacks bekomme, damit ich den Push contesten kann, damit ich Trades gewinnen kann, wisst ihr. Aber gegen Mundo ist das nicht wirklich nötig, weil ich bekomme sowieso einen Push, außer Mundo ist in Lane Level 1 und Hard-Pusht, aber es lohnt sich nicht wirklich für ihn. Tatsächlich, selbst wenn du reingepusht wirst, in dem Matchup, Gwen gegen Mundo, hat man als Gwen eigentlich meistens die Kontrolle über die Wave, weil du einfach besseren Wave-Klär hast mit der Q. Mundo hat zwar einen AOE-Spell auf der E, aber Gwen hat auch guten Wave-Klär mit der Q. Okay, Leute, ich bin immer so fixiert auf einen Punkt und dann labere ich und labere ich und labere ich. Ich hoffe, das macht euch keine Probleme, weil ich dachte mir eigentlich, vielleicht kann ich heute ein bisschen über das Mitgeben reden, aber es wird wahrscheinlich meist, also überwiegend über die Laying-Face gehen. Habe ich in den letzten Tagen ja auch, oder in den letzten Videos ja auch, ich habe hier viel über die Laying-Face geredet und wir werden einfach weitermachen. Ich versuche auch, dann andere Rollen anzugehen, aber ja, jetzt sind wir hier, Leute. Jetzt bin wir hier Gwen gegen Mundo. Und ich gebe dem Lien einen schönen Pull und der Mundo pullt natürlich auch. Alright, Leute, ihr kennt's, wir wollen einen Plan machen. Ich bin jetzt als erstes in der Lane, Mundo hat gepullt, ich habe gepullt und ich kriege den Push. Jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Welche Wave crashe ich? Wie werde ich die Wave spielen? Ich könnte auch tatsächlich einfach sagen, ich möchte einfach so lange in der Lane wie möglich bleiben. Deswegen mache ich einfach, also Slowpush ich so lange wie ich kann. Aber wahrscheinlich das Beste, was ich machen kann, ist einfach die vierte Wave crashen und dann Reset gucken. Oder einfach die vierte Wave crashen, nicht für den Reset gucken, einfach auf der Lane bleiben und den Push halten. Oder die dritte Wave crashen und einfach auf der Lane bleiben und den Push halten. Wenn ich ehrlich bin, ist wahrscheinlich der beste Plan hier in diesem Matchup, so lange wie möglich in der Lane bleiben und dann irgendwann schauen, dass du einfach ein Free Reset bekommst, weil du einfach gute Trades genommen hast. Ich finde, das ist nicht wirklich so ein Matchup, das du so richtig krass beeinflussen kannst mit so Recalls. Also sagen wir, ich crash die vierte Wave oder die dritte Wave, gehe für einen Recall und contestere den Mundo auf dem Slowpush. Ich finde, das ist nicht unbedingt der beste Weg, hier dieses Matchup zu spielen. Kann man zwar auch probieren, aber ich werde in diesem Game auch was relativ Interessantes machen. Ich finde, ich habe ein bisschen unkonzentriert gespielt in diesem Game, aber das werden wir jetzt erstmal anschauen. Gut, dann sind wir wieder beim Punishen. Wir punishen den Mundo, wenn er für CS geht. Oder wenn er keine Coulons hat. Aber ich gehe hier vor und trade in den Out Attack. Weil ich Bone Plating habe. Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht. Man könnte überlegen. Irgendwie hatte ich das Gefühl, der Out Attack ist ganz gut. Wir haben einen Passive Stack. Ich habe noch mein Bone Plating. Aber jetzt hätte der Mundo halt eine Q. Ich glaube, das sollte ich nicht machen. Ich sollte für diesen Out Attack nicht gehen, oder? Aber... Ja. Es ist schwierig. Weil wenn ich für diesen... Sagen wir, ich gehe für diesen Out Attack nicht. Ich dachte vielleicht, wenn ich für diesen Out Attack gehe, weil ich sehe, was mit meinen Minutes passiert. Die Aggro in den Mundo laufen vor. Vielleicht hätte ich dann dadurch irgendwie die Q dodgen können. Aber so habe ich jetzt Out Attack und Q getankt von Mundo. Das war nicht optimal. Aber es wird nicht viel daran ändern. Mundo geht für Lasted. Ich versuche hier mit der Q zu hiten. Wenn Mundo natürlich hier steht und Out Attack traden will in meiner Wave, dann gehe ich dafür natürlich. Ich habe hier mehrere Minions. Ich muss nur schauen, dass wenn ich diesen Out Attack mache, das Out Attack Trade mache, dass meine Range Minions in der Nähe sind und den Mundo attacken. Alright, ich habe hier den Slow Push, Leute. Mal schauen, was ich mache. Auch immer wichtig, weil Mundo's E, ich hoffe, ihr wisst ja alle, wie Mundo's E funktioniert, wenn dein Minion low ist, hier, ich zeige es euch, dann ist diese Area so, wo der Damage hin kommt. Das heißt, ich muss dodgen. Aber das Problem, gegen Mundo zu spielen, ist immer, wenn du in Minion stehst, dann wirst du von dieser E gehittet und wenn du dann rausläufst, dann kann er für eine Q gehen. Also muss man eine gute Positionierung finden gegen Mundo. Habe ich hier zum Beispiel eigentlich ganz gut hinbekommen. Leider ist halt hier ein Window, wo ich einfach eine Q tanken muss, um zwei Minions zu bekommen. Das ist einfach so. Aber gut, trading-wise war das jetzt nicht so optimal. Mundo will für CS gehen, ich gehe für QE. War auch nicht so optimal. Also genau, meine Trades sind nicht optimal, Leute. Ihr seht es. Tatsächlich habe ich nicht so gute Trades genommen. Das geht auf alle Fälle viel besser. Aber gut, jetzt bin ich Level 3. Und jetzt, falls ihr Gwen kennt, Leute, Gwen hat eine ultra starke Kombo, wenn man die kann. Zeige ich dir mal, ne? Seht ihr das? Ich habe E, W, Q gedrückt. Und jetzt bin ich am Rand und der Mundo kann mich einfach nicht attackieren. Habt ihr das gesehen? Er konnte nicht zurücktraden hier. Er konnte mich nicht attackieren. Ich habe meinen E-Out Attack tatsächlich abgebrochen, aber das war nicht so gut. Aber es ist eine coole Mechanic auf Gönnen. E, W, und dann stehst du hier am Rand und der Gegner kann nichts machen. Echt ziemlich cool. Aber gut, so viel Kompliziertes ist da nicht. Ich werde jetzt hier die Wave crashen. Und jetzt mache ich hier einen Fehler. Ähm, ich mache hier echt den großen Fehler. Das werdet ihr gleich sehen. Ich sollte hier instant resetten, ne? Wenn ich jetzt instant resetten würde, dann wäre ich ungefähr jetzt so in der Base. Aber ich schaue so Mitte, vielleicht ist da irgendwas. Äh, das wird jetzt ziemlich komisch, Leute. Ich gehe jetzt basen. Platz hier in Worte, das ist nicht schlecht. So, jetzt schaue ich den Mundo an. Und ich denke, und ich dachte mir, der Mundo kann die Wave schnell genug hart pushen, dass sie in den Tower geht. Deswegen tipee ich hier. Aber wenn ich, wenn ich anfangen schon gebased wäre, wäre ich, wäre ich wahrscheinlich ungefähr kurz vor der Wave. Äh, und könnte das vielleicht abbrechen. Aber, wenn ihr euch das mal anschaut, irgendwie ist das voll komisch. Weil irgendwie komme ich in keine Position, wo ich den Mundo irgendwie panischen kann. Weil der Mundo kliert jetzt die Wave unterm Tower. Ich meine, ich könnte jetzt instant resetten. Na, ich könnte ja instant resetten. Aber der Mundo kliert halt die Wave unterm Tower. Und wenn ich für einen Reset gehe, dann, Mundo kann einfach vorlaufen und die Wave hart pushen. Und dann muss ich tipeen und schauen, dass ich die Wave freeze. Und dann kann er einfach auch tipeen. Und dann habe ich nicht wirklich einen Vorteil daraus gekriegt, dass ich den Push bekommen habe. Ne, Mundo könnte hier definitiv die Wave instant klären. Ne, E auf den einen Minion, über die ganzen Minions, W drücken und dann einfach die Wave klären. Ich denke schon, dass es möglich ist für ihn. Und das Ding ist halt, wenn ich halt instant resette wäre, wäre ich wahrscheinlich jetzt kurz vor der Minion Wave hier. Aber wenn Mundo einfach committed hätte für diesen Wave push, dann hätte er es geschafft. Wisst ihr? Also es gibt hier wieder viele, über das man nachdenken muss. Okay, ich habe jetzt schon einen Gedankengang gehabt. Was wäre, wenn ich diese Wave langsamer reinpushen würde? Dann wäre die nächste Wave von Mundo... Also sagen wir, ich würde die Wave jetzt ungefähr crashen. Sagen wir, jetzt würde ich die crashen. Also ich hätte ein bisschen länger gebraucht oder hätte mir länger Zeit genommen. Dann wäre die Wave jetzt hier. Die Wave wäre hier. Mundo könnte die Wave klären. Und könnte trotzdem noch die nächste Wave einfach hartschaffen, ne? Also ist das nicht wirklich eine Option? Also die einzige Option, die ich habe, ist hier diese Wave so schnell wie möglich. Clearen. Also für diesen Trade gar nicht schauen. Der Trade ist super egal. Mich komplett auf die Wave konzentrieren. Und jede Sekunde... Also jede Sekunde zählt hier tatsächlich, ne? Ich hätte diese Wave bestimmt ein, zwei Sekunden, drei Sekunden früher crashen können. Dann würde ich jetzt hier instant für den Recall gucken und nicht rotieren. Dann würde ich wahrscheinlich jetzt schon aus der Base kommen. Ja, ich würde wahrscheinlich jetzt schon... Jetzt so aus der Base kommen und wäre schon hier so. Also wäre schon ordentlich weiter vor den Minions. Und wenn Mundo die Wave crashen würde oder versuchen zu hardpushen, dann wäre ich tatsächlich rechtzeitig da und könnte die Wave freezen. Und wenn er sich... Also wenn er das ganz schnell macht, wenn er richtig, richtig krass schnell irgendwie die Wave pusht oder so, dann könnte ich tatsächlich Ghost usen, um die Wave zu freezen. Um Mundo halt in eine richtig schlechte Position zu bringen, weil er kann mich halt mit der Item Advantage dann nicht wirklich contesten. Er kann halt die Wave nicht reinpushen. Es wäre halt ungefähr genau gleich wie hier jetzt. Mundo wäre halt in einer ziemlich kacken Position. Also es wäre tatsächlich das gleiche Senado wie hier, nur dass ich meinen TP nicht eingesetzt hätte. Das wäre natürlich eine viel bessere Position, weil... Schaut jetzt was ich mache. Ich möchte natürlich... Ich möchte, dass der Mundo nicht diese Wave in den Tower kriegt. Ich versuche hier einfach, die Wave zu halten ein bisschen. Und jetzt will der Mundo für den Cannon Minion gehen. Jetzt versuche ich ihn dafür zu punishen. Ich all-in ihn jetzt hier. Aber das Problem ist, Leute, der Mundo hat noch TP und ich habe keinen TP. Das heißt, wenn wir hier einen Even Trade machen und ich den Mundo nicht kille, dann habe ich ein Problem. Weil er kann besser und TP nur ist dann voll AP und ich bin nur dann 40, 50 Prozent. Also hätte ich für diesen All-In gar nicht gehen dürfen wahrscheinlich, weil ich keinen TP habe. Aber ich mache... Also es sieht ziemlich doomed aus, ne? Es sieht ziemlich doomed aus, weil beide sind low und er hat noch TP. Aber ich kriege... Ich mache hier eine super... Also ich... Das ist eine insane Entscheidung, die ich hier treffe, Leute. Das war insanely smart. Deswegen... Also ohne Scheiß. Deswegen bin ich high elo. Weil ich so Entscheidungen treffen kann in so kritischen Situationen wie gerade eben. Ich gehe jetzt hier für diesen Recall. Ne? Und der Mundo wartet natürlich, ne? Der Mundo hat jetzt die Option zu basen und zu TP'n und dann die Wave zu hard pushen. Aber wenn ich einen Recall nehme, dann wäre das awkward für den Mundo, weil er halt TP'n und dann vorläuft und die Wave pusht und dann bin ich schon da aus der Base. Ne? Also wird der Mundo... Ich weiß, Leute, dass der Mundo hier bleiben wird. Weil ich ja on Vision Recall. Er wird hier bleiben und wartet, bis ich Recall, damit er die Wave hard schafft. Aber ich habe gesehen, Leute, ich habe auf der Map gesehen, dass die Wave schon früh genug da ist, um hier zu stehen. Und Mundo hat ohne Items, also ohne barme Cinder und nicht so viele Levels, nicht genug Wave clear, um diese Wave zu crashen. Und wenn ich mich nicht täusche, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Okay, nein, es ist keine Kennen Wave. Aber ihr seht, ne? Mundo hat genau das gemacht, was ich meinte. Er ist geblieben. Aber die nächste Wave kommt jetzt und Mundo kann die Wave nicht schnell genug crashen. Also bin ich... Also das ist voll cool, oder? Ich bin in Time da, um die Wave zu nehmen. Mundo kann auch für keine Platte gehen. Also habe ich so meinen Fehler gefixt. Und ich gebe dem Lee Sin jetzt hier eine Möglichkeit, den Mundo einfach zu killen, weil der Mundo hat kein Ghost und ist über Slow. Ist einfach ein Freakill, ne? Ist schon... Ist crazy. Ich habe mich von einer schlechten Position einfach, weil ich auf die Map geguckt habe und ein richtig geiles Play gefunden habe, habe ich mein... Also habe ich das geturnt. So wirst du? Ich habe die ganze Lane geturnt. Die war von... So ein bisschen... Ein bisschen verloren zu mega gewonnen, ne? Also Mundo sieht jetzt hier den Lee Sin im River und macht das auch nicht schlecht, dass er einfach für den... Für die Platte geht. Ich gebe dem Lee Sin hier einen Assist. Und... Jetzt müssen wir... Dürfen wir nicht vergessen, der Mundo hat noch TP. Also was sollten wir jetzt hier machen? Wir sollten wahrscheinlich vorlaufen, die Wave dragen. Also irgendwie groupen, dass die ungefähr in der Mitte bleibt hier. Und dann für Vision gehen. Mal schauen, was ich mache. Genau, ich drag die Wave von meinem Pink Ward und Lost City. Wunderbar. Ich wusste eigentlich nicht, dass ich das mache, aber cool. Ich habe die richtige Entscheidung getroffen hier. Wunderbar. Ich habe genau das gemacht, was ich gerade eben meinte. Die Wave gedragged, die Mitte gehalten, für den Pink Ward gegangen. Leute, ist halt wieder ein Dr. Mundo, ne? Das hat mir, glaube ich, schon mal vor ein paar Videos, oder? Und Dr. Mundo kann man halt nicht wirklich so krass punishen, weil der einfach auf Range bleibt und Qs wirft, ne? Deswegen kann man eigentlich wirklich nur farmen, jeden Laste treffen, Slowpushes bilden und mit den Slowpushes dann was machen. Aber hier auch wieder wunderschön, ne? Für die Gwen, Condesseure Gwen, übrigens ein ziemlich guter Champion momentan, Leute. E, W, Q, keine Möglichkeit für den Mundo, irgendwie zurückzutraden. So, ich stelle mich auch extra vor, das Kenntin Minion. Ne? Ich versuche, den Mundo einfach immer zu contesten, wenn er für Minions geht. Ganz normal. So, jetzt steht die Wave aber ein bisschen awkward, weil ich halt Spells auf Wave und Mundo gepackt habe. Deswegen habe ich mir jetzt gesagt, ich werde die nächste... Ah, nee, nee. Also, ihr seht tatsächlich, was ich vorhin meinte auch. Mein innerlicher Plan ist einfach, ich bleibe so lange in der Lane wie möglich und versuche, den Mundo so viel CS wie möglich zu den ein. Deswegen versuche ich nicht mehr irgendwie für den Wavecrash zu gehen, sondern ist tatsächlich mein Objective, den Mundo runterzupoken. Das Gute ist, ich habe auch Informationen von Wukong, von Ryze, von allen, ne? Der Importland ist Bord, Wukong ist um die Mitte, Ryze ist auch in der Mitte. Das heißt, ich kann so spielen, wie ich will. Das war jetzt nicht so optimal, Leute. Ich hätte hier unbedingt wieder für diese EWQ. Wenn ich hier die W habe und wenn ich hier so die W habe, kann Mundo nichts tun, ne? Er kann nicht zurücktraden. Er müsste theoretisch dann reinlaufen, um mich zu outattacken, aber dann balle ich einfach meine Ulti drauf und dann hat er ein Problem. Wisst ihr? Also, der Trade hätte besser sein sollen. Ihr seht es immer noch, Leute. Ich hardpushet diese Wave nicht, ne? Ich gehe immer für Last Hits, ich gehe weiter für Last Hits. Und versuche halt, wie es jetzt auch gleich seht, einen All-In auf dem Mundo zu finden. Ich gehe für diesen Minion, ich mache die Combo. Jetzt macht er den Fehler, er läuft rein und ich gebe ihm ein Ulti-Kombo. Chunkie ihn ordentlich. Ja, ich schanke ihn ordentlich. So, und jetzt sehe ich den Rise mit dem Moven. Ja, ich habe keine andere Option als Resetten oder den Mundo zu schießen. Also, ich mache jetzt hier die Entscheidung, zu stain, weil ich gehe davon aus, dass Mundo weiß, dass ich kein TP habe und ich gehe davon aus, dass Mundo denkt, dass ich base. Und dann wäre Mundo's Play, diese Wave zu clearn und dann für die nächste Wave, also die nächste Wave zu hardpushen. Deswegen, seht ihr das? Ich ping so richtig aggressiv hier drauf, weil ich den Mundo hier punishen will, wenn er diese Wave hardpush. Seht ihr das? Wenn hier Leute wären, würde er einfach sterben, ne? Deswegen habe ich dafür gepinkt. Ich weiß tatsächlich nicht, ob mein Team da in Time gewesen wäre, aber es ist einfach nur ein cooler Gedankengang, ne? Der Mund, also ich habe realisiert, was der Mundo machen muss, um in eine gute Position zu kommen, die Wave zu clearn, die nächste Wave zu hardpushen, weil er denkt, dass ich gebased bin. Deswegen campe ich da im Busch. Könnte er öfters machen, sowas, ne? In vielen Situationen könnte er so ein Play machen. Aber dann wird mein Thresh in River angegangen und ich rotiere rein und kill ihn mit dem Boys in Wukong. Ne, es ist nicht wirklich irgendwas Besonderes. Aber der Mundo hat jetzt die Wave, also ihr seht, der Mundo hat die Wave gecrashed und ich habe die ganze Wave gedroppt für diesen Assist und ja, dann laufe ich vor, pushe die nächste Wave, habe halt jetzt eine Wave gedroppt, also bin ich XP-weist ein bisschen behind, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. So, jetzt hat Mundo einen Slowpush, crash den Slowpush, jetzt habe ich einen Slowpush, aber ich realisiere, dass Mundo, also das ist hier relativ interessant, weil Mundo ist gerade in den River gelaufen und Mundo hat jetzt hier zwei Optionen. Entweder er kommt jetzt hier wieder zurück und contestet hier die Wave, also das ist wahrscheinlich das, was ich machen würde. Hier so stehen jetzt als Mundo und die Wave contesten oder mich contesten. oder er geht für Vision, aber dann würde er CS droppen, wenn ich die Wave push hole oder er macht den, er macht einen Solo-Herald. Als Mundo kann man tatsächlich einfach Solo-Herald machen um die neunte Minute und der Mundo ist, also ich dachte mir, vielleicht ist der Mundo so übelst crazy. Deswegen habe ich einfach die Entscheidung getroffen, ja, es ist sehr, wahrscheinlich, dass Mundo irgendwas versucht, also für Vision geht, den Herald macht, die Crab macht, irgendwas im River macht, wo er sehr viel Zeit dafür braucht. Deswegen gehe ich jetzt hier vor und push the Wave und hole mir die Platte. So, ich habe Informationen auf der Map, ne, Wukong, Heimerdinger, Rise, Botside, niemand Toplane, deswegen spiele ich hier sehr aggressiv. Ich mache mir diese EW-Kombo, ne, und Mundo muss hier reinlaufen, um mit mir zu traden, ne. Also diese Kombo, Leute, wenn ihr Gwen spielen wollt, dann geht jetzt practice-to-Roll und practice diese Kombo. Platziert einfach so ein Target-Dummy und dann macht die EW-Q und versucht an der Edge so am Rand zu spielen, so wisst ihr, und dann versucht ihr auch zu ulten und so, weil in einem Teamfight, wenn ihr diese Kombo könnt, die klatscht so rein, Leute, die bangt so hart rein. Also wirklich crazy. Aber gut, jetzt ist nicht mehr wirklich so viel los, außer der Mundo läuft natürlich vor. Irgendwie hatte ich hier gerade Angst, weil der Mundo irgendwie so wie ein richtiger Clown spielt und mein Silas für einen Misspin geht. Deswegen dachte ich, dass hier irgendjemand kommt. Und ehrlich gesagt, trollt der Mundo jetzt hier einfach, ne. Ich weiß nicht, was er denkt. Er denkt halt irgendwie wieder, oh, ich bin bestimmt geresetted oder so. Aber, das ist einfach nicht das wahre, so wisst ihr, was der Mundo macht. Er wird natürlich sterben, ne. Dann ist er, ich ping dem Lissin, dass der Mundo trollt, der Lissin kommt Toplane, wir können den Mundo, er ist da nicht dabei. So, ihr seht Leute, das Game ist ziemlich doomed. Bot Tower down, Mid Tower down, deren Aphelos ist übelst gefiedelt. Ich versuche natürlich trotzdem mein Bestes. Die Laning Face ist noch nicht vorbei, also gehe ich trotzdem weiterhin Toplane, Leute. Vielleicht würden viele von euch jetzt hier den Tilt Move machen und mit Lane laufen oder irgendwas versuchen. Das ist aber auch nicht das wahre Play. Solange noch Platten da sind und die Laning Face noch da ist, also vor der 14 Minute, ne, ist es immer noch am besten Toplane zu laufen. Eigentlich sollte man Toplane bleiben, bis einer von den Tirts down ist. Aber gut, ne, wir finden wieder ein All-In auf dem Mundo. Ich bin ja ziemlich ahead. Schauen wir uns das All-In noch an. Ne, wieder diese schöne Kombo. Ne, dodge schön seine Q. Hab zwar die Ulti gemisst, aber ich spiele es hier ruhig und slow. Wunderbar, gibt demnächst auch einen Assist. Okay, da hab ich ordentlich was gemisst, aber kill den Mundo. Wunderbar, ne, kill den Mundo, push die Wave. Eigentlich, Leute, dachte ich hier, ähm, der Thresh steht hinter mir, deswegen kann ich jetzt hier für eine Platte gehen, aber in dem Moment, wo ich den Heimatdinger gesehen hab, wollte ich rauslaufen, aber der Thresh hat mich getrollt, weil der Thresh sollte jetzt eigentlich die Position hier haben und mir eine Lantern geben, damit wir rauskommen können. Das war der Plan, aber Thresh läuft vor, realisiert nicht, dass da Wukong auch kommen kann. Aber ist auch irgendwo my bad, Leute, weil ich nicht realisiert hab, dass hier Heimatdinger und Aphelios jetzt, ähm, Toplane pushen sollten, weil halt noch 40 Sekunden, äh, Platten da sind und Botthau im Mittau schon gefallen sind und der Wukong wird halt oben Heimatdinger und Aphelios spielen. Äh, deswegen generell hier, nach der Wave hier vorzulaufen, hab, ich hab einfach nicht genug nachgedacht. Ich hab, äh, zu wenig auf die Map geachtet davor. Ne, ich müsste realisieren, dass da Aphelios jetzt gespawnt ist. Wahrscheinlich durch die, ah, warte mal, Aphelios ist Midlane. Okay, ist super komisch, ne, da ist der Support-Timer-Dinger. Push Toplane, Aphelios läuft Mitte, Rise Botlane. Eigentlich, wenn wir hier in die Sin haben, haben wir ein Namensadventage, spielen zwei gegen drei, hab ich auch natürlich wenig cooler uns. Äh, und, aber die Gegner sind halt ordentlich gefeedert. Äh, aber im Endeffekt, ähm, hätte ich da wahrscheinlich nicht vorlaufen sollen. Ich sollte, ich hätte eigentlich schon happy mit dem Kill sein sollen und mit der Wave. Und, ja, und da wollte ich, glaube ich, was wollte ich da im Chat schreiben? Man, Thresh, that was. Ja, okay, das sollte ich nicht machen, Leute. Ich wollte, ich wollte dem Thresh, glaube ich, einfach sagen, dass er mir einfach eine Lantern hätte geben sollen, aber im Endeffekt hätte ich auch selber die Entscheidung machen können, die Wave zu pushen und dann einfach zu recallen, ne? Na gut, Leute, das Fazit für heute, viel nachdenken, Leute. Immer eine Entscheidung treffen. Leute, wenn ihr echt improveen wollt und den Rang erreichen wollt, den ihr, äh, euch vorgesetzt habt für dieses Jahr, ich denke, viele von euch haben Jahresvorsatz, oh, ich will Platin, ich will Diamant erreichen, aber das schafft ihr wirklich nur, wenn ihr auch wirklich hart versucht, besser zu werden. Also, ich möchte euch das nochmal ins Herz legen. Spielt konzentrierte Spiele, ne? Spielt starke Champions. Geht nach den Games in Reviews, ne? Schaut euer Game an, hinterfragt jede Situation, jede Entscheidung gegen jeden Klick, jeden Spell, ne? Alles sollte einen Grund haben. Oh, ich mach diesen Out Attack, weil das. Ich trade mit dem Gegner, weil das. Ich geh Botlane, weil das. Also, alles in League of Legends hat einen Grund, Leute. Also, ganz wichtig, Leute, ihr solltet euch nicht nur auf euren Instinkt verlassen, sondern, auf euer Wissen, ne? und durch euer Wissen, durch eure Knowledge, gute Entscheidungen treffen. Dann werdet ihr richtig gut, Leute. Alright, Leute, ich hoffe, ihr hattet einen guten Start ins Jahr. Danke fürs dabei sein. Man sieht sich.